Gute wie zu hell dragon lp ich begrüße euch dann doch noch zu einem simon terrotte inform ja wer mich auf facebook begleitet hat gestern bestimmt meinen status gesehen wo ich geschrieben habe es kommt nicht mehr weil so viele spiele abgebrochen werden aber ich habe mich heute noch mal durchgerungen und mache es dann jetzt doch fertig und lade es euch hoch schauen wir auf seine in-game-werte ein 78 stellungsspiel und die 83 stärke möchte ich hier auf der ersten seite darauf für euch darauf hinweisen 83 abschluss 78 kopfball 72 fernschluss 74 meter 72 kurzer passt sehr ordentlich 85 schusskraft oben haben wir noch eine 73 ballkontrolle mittel mittel arbeitsraten vier sterne schwager fuß leider nur zwei sterne spezial bewegung bevor es aber richtig los geht ja möchte ich ganz gerne mit euch zählen das ist nämlich abbruch nummero 1 hier kommt abbruch nummero 2 und ja definitiv die konsole ausgemacht auch wenn es nur 1 1 stand daran kann ich mich gut erinnern abbruch nummero 3 kommt dann gleich habt ihr auch schon gesehen dass terrotte zumindest schon mal zwei tore erzielt hat dann kommt abbruch nummero 4 hier seht ihr dass auch er abgebrochen hat dann er geht erst in die pause auch wieder nach 30 minuten und bricht ab und als wäre das nicht genug kommt auch noch abbruch nummero 5 und auch er hat definitiv oder gehe ich zu stark von aus die konsole ausgemacht denn er war auch relativ angepinkelt dass der rotte nämlich genau so dass es im stich sehen davor über die außen geflitzt ist auf jeden fall beginnt man jetzt auch das player review endlich es wird halt ein bisschen länger damit müsst ihr jetzt halt mal ein bisschen nehmen fangen wir an mit seiner geschwindigkeit und da muss ich sagen er hat eine beschleunigung von 63 und eine endgeschwindigkeit von 75 er ist definitiv langsam er kommt auch sehr schwer aus den pötten aber er hat etwas was man ja vergleichen könnte mit einem deutschen panzer deswegen habe ich euch hier mal ein paar szenen raus geschnitten ihr seht er ist eigentlich durch nichts aufzuhalten wie es hat mich so ein bisschen an bud spencer erinnert an die filme von ihm er rennt einfach durch die menschenmenge durch und ist eigentlich nichts aufzuhalten das ist definitiv ein sehr großes plus von von terrotte und er hat 75 endgeschwindigkeit das ist jetzt nicht gerade wenig also wenn er mal am laufen ist dann ja läuft sozusagen nur so antritt war ein bisschen schlecht dann kommen wir zu seiner beweglichkeit und zu seinem tripling im allgemeinen da hat er nur 55 beweglichkeit und ein 62 tripling das ist jetzt wirklich nicht berauschend gewesen da stimmt auch wieder der punkt panzer ganz einfach er ist wirklich sehr schwerfällig und wie gesagt dafür ist er halt auch kaum aufzuhalten sein passspiel 72 kurzer pass 45 langer pass jahre lange pass ist nicht besonders auch wenn ihr gleich eine szene seht wurden etwas längerer pass geschlagen wird und auch ankommt aber die kurzen pässe entschuldigung die kurzen pässe mit 72 sind ganz ordentlich kommen aber auch nicht immer an aber ich habe ihn halt so ein bisschen als target man gespielt nicht nur in diesen 4 3 3 3 sondern heute habe ich ihn nochmal in in einem 451 in der zweiten also wenn die sind fünfer mittelfeld spielen lassen und da kann auch sein passspiel ein bisschen besser zur geltung ja aber was war oder warum sollte man sich terrotte kaufen ich habe ihn wieder als target man spielen gelassen und ja wenn man ein target man hat dann ist er dafür da um tore zu erzielen und hier kommen wir dann schon zu seinem schuss er hat eine positionierung von 78 ein abschluss von 83 eine schusskraft von 85 long shots nur 72 aber die waren jetzt nicht so schlecht wolle ist 74 11 meter 74 und ja bei ihm ist es tatsächlich so hier links weg schön aus ausgetribbelt sozusagen bei ihm muss man sagen aufgrund seiner mittel mittel arbeitsraten ist er nicht immer vorne im strafraum anzutreffen wenn es aber dann dazu kommt muss ich sagen ist der ball sehr häufig einfach nur geil im tor fertig hat mir sehr sehr gut gefallen sein abschluss hier seht ihr auch dass auch ein bisschen schmack ist dahinter ist auch außerhalb des 16ers alles in allem tatsächlich wirklich super aber ein bisschen seine arbeitsraten versauen das so ein bisschen denn manchmal wie gesagt ist er einfach nicht auf nicht vorne zu finden sondern taumelt irgendwo im mittelfeld rum das ist sehr sehr schade aber es gibt dann auch wieder die anderen seiten wo er dann einfach sich perfekt frei läuft möchte ich noch kurz auf seine stärke zu sprechen kommen noch mal ganz kurz anschneiden hat nur 83 also in anführungsstrichen nur 83 auf der karte aber es kann mir tatsächlich ein bisschen mehr vor und auch seine balance von 57 kann ich jetzt so nicht unterschreiben denn er war er ist eigentlich selten hingefallen ja das war es im großen und ganzen und wir sind auch am schluss angekommen also so lange hat es dann wohl doch nicht gedauert zwölf spiele musste ich mit ihm machen neun tore eine torvorlage aber wir ziehen die fünf ab dann ist das ein ganz ordentliches ergebnis und so komme ich zum schluss schussstärke die ball mitnahmen wo ich leider kein wort drüber verloren habe er kann die bälle sehr gut mitnehmen ich hoffe ihr habt das jetzt in ein paar szenen gesehen vier sterne schwacher fuß denn ihr habt gesehen egal ob links oder rechts man kann mit ihm schießen der kurze pass im minus habe ich ihn dann doch beim tempo gegeben wobei ich wie gesagt wenn er mal am rollen ist dann rollt er das ist so ein halber minuspunkt eher sein dribbling das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig und seine beweglichkeit genauso und seine arbeitsrate daher halt manchmal nicht im strafraum anzutreffen ist alles in allem gebe ich ihm eine 8 von 10 wenn ihr einen target man braucht oder ein target man sucht dann ist ja auch 192 groß probiert ihn mal aus denn er kostet mittlerweile nur noch 19.000 glaube ich auf der playstation 4 ich habe halt noch 29 bezahlt weil ich ein bisschen länger gebraucht habe eigentlich fast das ganze wochenende hinweg inklusive heute noch am montag probiert ihn auf jeden fall mal in einem deutschen team aus oder von mir aus auch eine zweite liga team und besonders wenn ihr borum fan seid freut euch darüber dass ihr so einen klasse mann da vorne drin habt denn darum wo es geht um story schießen dafür ist der mann auf jeden fall zu gebrauchen ja das war's von mir und wenn es euch gefallen aber lass bitte nach dem daumen nach oben da schreibt was in die kommentare und dann bleibt mir nicht mehr wie mehr zu sagen macht's gut und ciao